Herzlich Willkommen zurück bei Flintensport. Wir haben uns heute nach Belgien aufgemacht, um den lieben Yannick zu besuchen, einen guten Freund von uns. Er betreibt einen eigenen Schießstand und wir wollen euch heute ein paar Impressionen zeigen, was man hier alles machen kann, wie es hier aussieht und wir gehen jetzt einfach mal los. Hier fängt es quasi schon an auf dem Parkplatz. Hier ist der erste jagdische Parkursstand von Yannick. Die Wolfmaschinen sind alle auf der Wiese aufgestellt oder auf Türmen, auf Masten, die aufgebaut sind und jeder Parkurschütze kann hier für sich trainieren. Ja, ist halt der erste Stand vom Parkplatz aus und wir gehen jetzt weiter Richtung der, ich sag jetzt mal Anfänger Schießkuhle. Hier vorne kommen wir jetzt kurz an der Terrasse vorbei vom Gasthaus. Das ist natürlich jetzt Corona bedingt. Alles beschlossen bzw. nur mit gewissen Abständen offen und im Normalfall kann man hier schön draußen sitzen und einen Kaffee genießen und den anderen Leuten beim Schießen zugucken und beim Trainieren. So, hier ist normalerweise der Stand für die Anfänger. Hier stehen dann zwei Maschinen auf dem Boden und wenn die Leute das erste Mal, ich sag jetzt mal, schießen wollen oder das mal ausprobieren wollen für sich, ob es was ist, dann starten wir meistens hier oder wird hier auf der Wiese gestartet mit zwei Maschinen. Die sind jetzt gerade weggeräumt. Hier ist auch noch ein Hochhaus, wo man die Scheiben drauf fliegen lassen kann und dann wird erstmal so auf 30 Meter geübt, dass die Leute ein Gefühl für die Sache bekommen. Und dann geht es auch schon weiter zum ersten Olympischen Graben. Davon hat der Yannick drei Stück. Wir zeigen euch das jetzt mal kurz von der Gegenseite, dass ihr mal so ein bisschen seht, wie groß das Gelände doch ist. Hier ist der erste Stand. Er ist meistens zum Training für die sportlichen Schützen eingestellt auf 76 Meter plus minus 1 Meter, so wie es sein sollte. Der zweite Stand ist dann meistens 80 Meter eingestellt für die, die ein bisschen anspruchsvoller trainieren wollen, da ja schon auf Wettkämpfen die ein oder anderen Stände schon mal scharf gestellt sind. Es bietet sich der B-Stand ganz gut an und drüben auf C ist dann mehr oder weniger so auch der Anfängerstand für Olympisch Trab. Jetzt gehen wir mal auf die einzelnen Stände ein. Also sind auf allen drei Gräben Mattarelli-Maschinen montiert. Geladen könnte man auch sagen. Geworfen wird meiner Meinung nach Vivas als Scheibe. Welche Scheibe genau, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber ihr seht es auf jeden Fall, es sind alles Mattarelli, kurze Wurfarme. Wir sehen auch gerade eine Maschine ist nicht geladen. Das ist vorbildlich für einen Trainingstab. Das ist diese Maschine. Die Maschine 5 ist nicht geladen. Das ist sehr gut. Da kann man den Lowbird üben. Kein Quatsch beiseite. Wir sind ein bisschen früher gekommen heute in der Anreise. Janik ist den Stand noch am Fettigmachen bzw. alle Stände. Wir haben ihn ein bisschen überrascht, indem wir einfach ein bisschen früher gekommen sind und haben uns da mit einem kleinen Spaß erlaubt. Ja, zwischen den Ständen A und B gibt es dann noch jeweils so einen kleinen, ja, kleinen Yachtparcours-Stand. Auch ganz niedlich. Wie man sieht, sind dann halt hier die Maschinen, die auf dem Boden stehen hier vorne und im Hintergrund sind auch welche in den Bäumen quasi drin leicht versteckt, wo die Scheiben dann rauskommen und von vorne vom Turm noch. Ja, und dann geht es auch schon weiter auf den B-Stand. Wie gesagt, der B-Stand ist der, ich sag jetzt mal, der am krassesten eingestellt ist von den Weiten, von den Winkeln. Und es macht ziemlich viel Spaß, sich hier mal so herauszufordern, wenn man hier auch eine volle Runde schießen kann. Ist sehr schwierig, aber wenn man es dann schafft, kann man stolz auf sich sein, auf so einer Geschwindigkeit mit solchen Winkeln dann eine volle Runde zu schießen. Ja, wir können mal kurz auf den Stand selbst gehen. Ich finde, die Olympischen sind vom Prinzip her alle drei identisch. Fester Unterstand, ein Häuschen hinten drin für die Standaufsicht und abgerufen wird hier über das Elfipa-System. Und wie gesagt, die Maschinen waren Matarelli. Das ist so die Kombination auf allen drei Ständen. Und ja, hier finden dann auch die Wettbewerbe statt für das Sportlich Schießen Olympic Cup. Ja, wir können hier viele Teilnehmer durchschleusen. Drei Ständen ist das eine runde Sache auf zwei Tagen. Sporting finden auch Wettkämpfe statt. Und es gibt es noch hinten um die Ecke, hinter dem C-Stand, ist auch noch ein kleiner Yacht-Parcours. Da können wir auch mal kurz hingehen und es euch zeigen. Ganz wichtig ist, in Belgien hier wird Stahl geschossen, also kein Blei. Solltet ihr vielleicht wissen, ihr könnt hier Munition erwerben. Den Shop zeigen wir euch auch noch. Ihr kriegt ja auch eine Live-Flinte, wenn es sein muss. Das ist gar kein Thema für Sporting, Olympic-Trap, alles was ihr wollt. Er hat alles hier. Hier ist wieder ein kleiner Sporting-Parcours-Stand zwischen B und C. Wie man sieht, auch ausgerüstet mit einem Heizpilz für die kälteren Tage im Jahr. Und ja, vorbildlich mit Solarbetrieben. Stand C ist der Stand, wo auch die Flämmische Shooting Akademie trainiert. In den Anfängen ist unterschiedlich eingestellt. Es sind Maschinen dabei, die weit werfen und schnell, flach und hoch. Genauso sind Maschinen dazwischen, die unter der Norm langsam eingestellt sind und nur leichte Winkel, sodass man ein Programm hat, das gemixt ist, um den krasseren Unterschied zu haben zwischen den eigentlich gleich regulierten Scheiben und nochmal für ein besonderes Training, auch für Anfänger. So, dann könnte man noch erwähnen, der neue Rasenmäher von Yannick. Das Go-Kart für Erwachsene, nennt man es auch. Ja, da vorne in der Ecke, das ist die neue Errungenschaft von ihm. Und hier zu guter Letzt haben wir noch so einen kleinen Partywagen umgebaut. Der ist ja auch für so einen kleinen Sporting-Parcours gedacht. Und somit wären wir dann auch am Ende von der Range, was die eigentlichen Stände betrifft. Wir werden euch jetzt gleich noch das Gasthaus kurz zeigen und ja, dann sehen wir uns dort. Der hätte ja wenigstens mal den Rad nicht schleifen können. Dann könnt ihr mit der Kurve. So, jetzt kommen wir von der Hinterseite von den Ständen wieder zurück zum Püpphaus. Wir laufen jetzt mal gegen die Einbahnstraße, weil der Standbetrieb noch nicht offen ist, dann dürfen wir das. Danke schön. Gut versorgt wird man auch. Auf. Türstopper mal anders. So. Hier kommen wir natürlich dann ins Clubhaus selber rein. Hier vorne wird sich dann angemeldet. Da liegen dann Blätter und Bücher raus, um sich einzutragen für den Schießnachweis und auch für den Standbetreiber, dass er nachvollziehen kann, wer wohl da war. Und dann gehen wir weiter rein. Das ist dann das eigentliche Clubhaus, Aufenthaltsraum an sich. Hier können wir setzen. Wenn wir dann wieder durch Kurve ein bisschen gelockert werden, können wir hier das eine oder andere Getränk und auch ein bisschen zu essen. Sandwich und sowas zu sich nehmen. Hier vorne um die Ecke. Man sieht hier quasi die Rotteneinteilung für den Tag dann, wo die Schützen dann dementsprechend für Stand A, B und C eintragen können. Und auch für den Parkour und den Sportingbereich. Dort werden dann quasi die Namen aufgeschrieben. Das ist jetzt alles ein bisschen verändert. Von der Schützenanzahl auch. Halt-Covid-Norm. Dass halt nicht Leute auf den Stand sind, sondern dann halt unsere eigenen. Wie woanders auch. Aktuell. Ansonsten. Ist halt jederzeit die Brille dann gesorgt. Ihr könnt euch da was zu essen holen, was zu trinken. Wie eben schon erwähnt. Von hier drinnen könnt ihr dann die Abstände verfolgen. Das heißt, ihr könnt euch hier drinnen aufhalten. Ihr könnt sehen, okay, meine Vorrotte schießt gerade. Die haben noch fünf Scheiben zu schießen. Okay, ich muss aufstehen. Ich muss mich dann fertig machen. Dass so ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist. Und es nicht ans Schotten kommt. Und die Leute warten müssen, dass es jeder anlegen kann. Find jetzt aus. Später an. Und ist eine ganz gute Sache. Und das ist auch so ein paar Eingrücken von Yannick. Von seiner Ehe. Wie ihr seht, ein paar Bilder. Pokale auszeichnen, wo er war. Was er gewonnen hat. Ich glaube, hier oben müsste normalerweise noch Rio sein. Nein. Nein. Die Blei ist jetzt nicht da. Zweiter Platz. Silber. Pokale. Großer Erfolg für ihn. Mal sagen. Im Grunde kommt man. Und die Eingrücken hat noch keine Eingrücken aus. So, jetzt zeigen wir euch noch kurz den Shop von Yannick. Das ist der Shop von Yannick. Du kannst einfach mal so rund filmen. Das wäre ganz cool. Ja, hier stehen halt jede Menge Sachen rum. Gewinnt euch mal selber jetzt so einen Eindruck davon. Er hat den Raum bzw. den Shop jetzt so. auch neu gestaltet. Ich finde, es ist wirklich gut gelungen. Sieht klasse aus. Es ist jede Menge Material hier. Für jeden. Aus jeder Kategorie es geht. Trab, Sporting. Du kriegst hier. Das ist das eine oder andere zu kaufen. Auf Westen. T-Shirts, Munition, Flintentaschen, Tücher. Ja. Selbst für die Jäger ist Ausstattung hier. Und ja. Gehörschutz ist eigentlich sehr viel, sehr viel am Start. Wir haben hier noch weitere Räume. Die können wir mal zeigen. Mal gucken, wo das Licht angeht. Tada. Tada. Genau. Nehmen wir euch mal mit. Das sind halt dann so die Verkaufsräume auch. Beziehungsweise in den Sicherheitsräumen, wo die Flinten und Waffen gelagert werden. Bei ihm ist halt alles, ich sag jetzt mal, wie man ein elektronisches System verriegelt und mit Alarm gesichert. Kameras und was weiß Gott. Alles. Mal gucken, wo der Lichtschalter jetzt ist. Ja, wo ist er denn? Oh ja. Hast du die Schalter gesehen? Ne. Du? Ne. 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 Ja, auf jeden Fall. Viele Material sind hier rum. Es ist für jeden was dabei. Nicht zu vergessen meinen Koffer. Den habe ich schon gut platziert. die flinte kommt auch bekannt vor hier ich glaube die ist vom maestro selber vor allen dingen mit der speziellen schraube hier in der schiene das ist dann noch mal für die balance für die olympia schützen noch mal kurz zusammengefasst wir haben drei olympische geräte euch gezeigt dann sporting und parkour sind auch noch mal drei vier stück und somit habt ihr hier die möglichkeit euer hobby und euer training zu vollziehen und wir werden noch die internetseite von ihm einblenden ist allerdings auch flämmig geschrieben training ist meistens samstag ab 12 meine ich 12 30 dann bis abends sonntags jetzt jeden sonntag im jahr offen und ja turniere werden ja auch abgehalten kann man vielleicht wenn er uns eine liste zur gefügung stellt was er dies ja alles organisieren kann an turnieren dann werden wir die auch online stellen für euch werden wir halt verlinken und wir hoffen dass wir euch so ein bisschen eindruck zeigen konnten von einem schießstand in belgien jetzt wo wir oft sind und gerne sind wo man herzlich empfangen wird und ja würd mir wünschen ihr nimmst euch mal die zeit und kommt mal hier hoch und besucht ihn selber mal dann könnt ihr euch mal so ein paar andere oder eigene eindrücke holen wie es dann hier ist wir werden versuchen mal noch ein bespräch mit ihm zu organisieren oder wir machen ein separates video wo wir noch mal mit ihm sprechen über seine karriere sein leben hier am skistand wie das so abläuft und dann habt ihr so ein paar eindrücke ansonsten bis dahin vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten mal macht's gut